ja leute und wir kommen zu einem ganz nahen letzten test und zwar zu der viel gravity man merkt ich habe mir den namen jetzt schon nicht mehr merken können ich denke mir einfach mal wir gucken uns das spiel mal an mal schauen was auf uns zukommt mögen möchte ich dazu sagen dass ich selber die laufstärke nicht einstellen kann nicht dass er an euch wieder ein bisschen wundert oder so net Ja, ich glaube, ich habe mich hier gerade etwas festgebuggett. Nee, so geht das nicht. Ob ich das irgendwann checke. Zwischendurch kann ich einfach keine mehr klicken oder so, also keine mehr. Okay. Ja, da hat meine LED-Taste rumgespackt, die sind mir so ein bisschen im Eimer. Die kann ich, die muss ich mit der E machen, okay. Äh, hold shift, okay. Achso, um mal durchzukommen. Das werde ich mir doch niemals merken können. Niemals. Ich hoffe, die Anleitung da oben bleibt. Ja. Ja. Ich ralze langsam, ich ralle es. Das hoffe ich jeden. Nein. Autsch. Okay. Okay. Der war gut. Siep du nicht. Oh, ich ralte mich jetzt. Und. Die Anleitung, nicht. Die Anleitung. Ich ralte mich jetzt nicht. Auf CD. Die Anleitung. Die Anleitung. Das muss ich jetzt gucken, jetzt. Okay... Nein, das geht schief. Hör dich bitte mal den Scheiße. Okay, da warten wir jetzt mal ein bisschen ab und... Nein, das ist schief gegangen. Ich bin auf kein Entity draufgegangen gekommen. Alter, ich hasse dich. Und ich hasse auch diese wiese E-Taste. Hm... Soll es mal rein... Autsch... Ja, ich hab schon wieder, anstatt dass ich zurück bin, hab ich den Chuchit betätigt. Ich weiß gar nicht mal, wie lang... ... mich aufnehmen, wa? Aber... Vielleicht wird das auch ein... Aua... Ein kürzeres... Kürzeres Letztest. Das müssen wir mal gucken. Nein! Ich reile das nicht, wie ich über diese Entities komme. Da... Dann... Dann macht er diesen Doppelsprung nicht. Da hat ich... Oh... Ich komm hier nicht weiter. Ganz ehrlich, ich weiß nicht wieso. Also... Da... Wie soll ich denn da... Wie soll ich denn da weiterkommen? Wie bitte? Ah, so. Fragt mich nicht, wie ich das jetzt geschafft habe. Ich hab's jedenfalls... Äh... ... Nein! nine! nine! identitären! Nein! 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 nein, nein! und zack okay ich bin aber recht weit das mache ich mal anders, da gehe ich mal eben hier hin, das ist einfacher jetzt hole das mal hier hin sooo was war das denn? der war aber von mir jetzt dummgesell gemacht hoch, hoch, hoch da hin okay, da ist das Schildroll sooo schaffe ich das so? woa jo, schaffe ich, perfekt okay, dann gucken wir uns doch mal das okay direkt mal dich äh okay, das könnte sogar klappen, wenn ich ein bisschen logischer time habe zwei Schüsse habe ich immer nur okay okay nope das schiebt mich das, schiebt mich auch zurück das heißt, ich könnte sogar mit beiden arbeiten einmal ha 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 hm da kommt's her, ne einmal dich einmal dich, dann bin ich ein bisschen höher der war dumm platziert äh was mach ich denn? wieso denn da hin? soo hm hm bitte sag ich hab noch einen au soo soweit sind wir schonmal okay jetzt dich weg ähm das wird ein bisschen schwierig weil ich nicht an die Demons gaff guck mal, so geht's nämlich auch da hab ich perfekt platziert aber jetzt auch hm okay, hoch, geht er hoch ich muss da ein bisschen tricksen ha 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 ich weiß nicht wie ich das geschafft habe aber ich hab's geschafft okay äh ich bin ein bisschen sehr still das tut mir aber auch gerade leiii oh der ist fies der ist fies die beiden die beiden beißen sich nämlich etwas zwei Stück nur dann muss ich ein bisschen später machen nope das sieht doch schon um einiges besser aus nein das war nur ein Sprung okay okay wie soll ich denn das hinkriegen nein vielleicht ja nein vielleicht ja so nein ha 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 äh okay äh gibt's da eine Möglichkeit eigentlich was ist das hier eigentlich gucken keine Ahnung was das jetzt ist so da unten ach die Zeit nein hm da ich kann also das ist eine logische Idee die ich da versuche so ist es nicht ich muss mit beiden Kanonen grundsätzlich arbeiten arbeiten nein dahin jetzt muss ich zurück ne so so dann komm da hoch komme ich da wohl noch schaffe ich das so mit einem mit normalem Sprung oder nein da muss ich wohl ne Dingens nutzen aber ist kein Problem nein 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 was was warum hab ich denn schon wieder also ich mag diese E-Taste nicht nein 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 boah boah kann ich bitte den Schild wieder wegbekommen Schild weg so und da muss ich jetzt nix machen so weh weh ne ich hab mal Rungen schon oh fuck nun gut Leute da komme ich jetzt langsam zu meiner Grenze gut gut egal ich würde aber immer sagen das war's dann jetzt auch mit Deathly Gravity wenn du ein bisschen mies kommentiert weil ich einfach äh nicht ganz dazu kam viel zu sagen ähm diesbezüglich würde ich sagen wir sehen uns dann beim nächsten Video ich entschuldige mich ich entschuldige mich sollte das Video zu äh oh fuck er ist nur einmal geschwungen äh sollte das Video zu kurz sein dann tut's mir leid aber wir haben auch frühmorgens ich bin komplett fertig noch äh ich würde sagen wir sehen uns dann wie gesagt beim nächsten Video äh prosto hin und ciao äh 3 die ja ja die 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 die